MyBikeplan bietet Bikes mit Radenzahlung ohne Zinsen, daher sollten Menschen aus allen sozialen Schichten Zugang zu Elektrofahrrädern haben. Nein, sagt Startup-Gründer Fabian Bolhade möchte, dass sich Menschen aus allen Gesellschaftsschichten E-Bike schaufen. MyBikeplan war um 201.9 MyBikeplan erstellt, hat Interessierte können bei MyBikeplan ein solches Fahrrad erwerben und ihn raten. Eigentlich für lange Strecken und du willst, aber E-Bike sind nicht beliebt, deshalb bietet das Zirka-Startup MyBikeplan E-Bike-Anzahlungen an Monatik. Opfins prüfte die Saufer zentralen Kreditauskunft, sekund dem Zürcher Wirtschaftsdatenanbieter Griff, das sichert die finanzielle Stabilität der 4.0.0 Fahrräder pro Monat. Startup ist seitens 2.0.1.9 Profitablon Investitionen von Ausnebikes werden bei überwiegend Schweizer Herstellern zum Händlergewinn gekauft und dann mit höherem Gewinn 4.0.0 Fahrräder. Er startet bei 4,779 Franken pro Monat für 4,8 Monate. Bolhade sagte, dass er in seinem Unternehmen möchte, dass er den Menschen aus seinen Gesellschaftsschichten Zugang zu Bikes haben Schuldner.